Hallo zusammen! Bildkomposition in der Landschaftsfotografie, darum geht es heute. Ich habe sieben Regeln mitgebracht und wie immer, wenn man Regeln brechen will, wenn du ein Rebell bist, dann musst du diese Regeln natürlich erstmal kennen und man muss sie nicht daran halten, aber wie gesagt, es hilft, wenn man sie kennt. Ich fange an mit der wohl bekanntesten, nämlich dem goldenen Schnitt. Der kommt eigentlich aus der Malerei. Das Hauptmotiv oder das Gesicht einer Person oder sowas wird häufig anhand des goldenen Schnittes platziert. Ich zeige das am Beispiel. Ich habe hier Lightroom offen, unser kleiner Praxistipp noch. Ich zeige das, wenn du Lightroom bist und R drückst, dann kommst du in den Modus zum Zuschneiden und jetzt drückst du mal O, dann gibt er dir verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Drittelregel und halt eben auch den goldenen Schnitt. Und dann kannst du Shift-O drücken und dann kannst du das auch noch drehen, weil natürlich ist der goldene Schnitt, je nachdem was da drin ist, mal oben oder mal unten oder sowas. So, das ist jetzt also das Schloss. Jetzt ist das Schloss halt relativ groß, aber wenn du ein Portrait machst, ist das Gesicht ja auch relativ groß. Also wir reden hier nicht über Millimeter oder sowas oder einzelne Gratabschnitte oder sowas, sondern immer so grob. Also das Hauptmotiv grob, so ein bisschen in die Ecke, aber eben nicht in die Ecke quetschen, sondern genug Abstand auch noch zum Rand lassen. Ich zeige das mal, wenn ich jetzt zuschneide und was anderes nehmen würde, also zum Beispiel tatsächlich das Schloss mal an den Rand klatschen würde, so vielleicht, dann ist es ja nicht mehr goldener Schnitt. Und es würde tatsächlich ein bisschen komisch aussehen, oder? Und umgekehrt, wenn ich es in die Mitte packen, und dann halt eben hier, weil hier vorne ist ja eigentlich nichts. Das trägt zur Stimmung bei, aber da ist ja keine richtige Information drin. Ich könnte es ja auch so machen. Kann man auch machen, dann ist das Schloss halt einfach natürlich sehr viel größer, weil ich zugeschnitten habe. Aber der wesentliche Punkt ist doch, das andere sah einfach so ein bisschen interessanter aus. Darum geht es. Also goldener Schnitt ist nicht die Drittelregel. Das ist der nächste Punkt. Drittelregel. Die Drittelregel teilt das Bild in mehrere Teile. Und die Idee ist, das kannst du deine Kamera übrigens anzeigen lassen. Bei allermeisten Kameras kannst du dieses Overlay anzeigen lassen, einschließlich auch bei den meisten Smartphones. Wieder, ich drücke R, damit man das Gitter sieht. Und mit O schalte ich halt hin, dass man die Drittelregel sieht. Und da sehen wir jetzt hier den Matthias im Felserwald zum Sonnenaufgang. Und die Idee ist, dass man das Hauptmotiv in einem von diesen Schnittpunkten macht. Das geht jetzt natürlich nicht, weil der Matthias zu groß ist. Der ist ja kein Punkt. Aber der Kopf, der Kopf von der Person, der sollte ungefähr da sein. Und wie ich es schon angedeutet habe, das muss nicht genau so sein. Aber ich könnte es natürlich zuschneiden. Und jetzt können wir uns streiten, ob das Bild dadurch interessanter wird, dass ich da so ein kleines Dick weggemacht habe. Ich bin ein bisschen mehr hereingekroppt dadurch natürlich. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich das eher zuschneiden würde, um ihn noch ein bisschen größer zu machen. Weil ich verliere keine Stimmung. Ich verliere auch keine wichtigen Bildinformationen am linken Rand. Und packe ihn dann halt genau dahin. Beim Fotografieren lasse ich aber gerne ein bisschen Luft. Weil ich immer davon ausgehe, dass ich schief bin. Ich muss nachher noch gerade drehen. Deswegen lasse ich ein bisschen Luft. Und beim Fotografieren achte ich auch in der Regel darauf, ihn eben nicht genau auf den Goldenschnitt zu packen, auf die Drittelregel zu packen. Sondern da sollen ihn eben ein bisschen rechts davon, also ein bisschen mehr Richtung Bildrand. Weil die Folge davon ist, dass wir ein bisschen mehr Bildtiefe haben. Der Matthias schaut noch tiefer ins Land. Und wenn ich danach im Nachhinein sage, am Computer sage, ja, nee, ist ein bisschen zu viel, was er sieht, kann ich das leicht wegschneiden. Aber wenn ich zu eng geschnitten habe, dann geht es irgendwann nicht mehr. Gerade bei solchen Bildern mit der Person. Ich kann ja nicht viel wegschneiden, weil wenn ich wirklich viel wegschneide, dann muss ich die Füße abschneiden. Oder ich muss ihn halt tatsächlich, also ich muss entweder sowas machen, dass er die Füße verliert, was doof ist. Oder so, dass die Füße noch drauf sind. Aber dann ist über ihm nicht mehr viel Platz. Und das ist eine luftige Szene. Wir stehen da auf dem Berg und gucken runter. Also da will ich natürlich auch ein bisschen Luft und alle Richtungen haben, die Möglichkeit. Dass man sieht, das geht noch unten steil runter. Aber über ihm muss auch ein bisschen Luft sein. Also dritte Regel, an der Kamera immer anzeigen lassen, sodass du beim Live-View schon so ein bisschen siehst, ungefähr, wo das Hauptmotiv ist. So auch als Erinnerung. Weil man neigt immer ein bisschen dazu, das Hauptmotiv in die Mitte zu packen. Und wie gesagt, das ist nicht falsch, aber häufig langweilig. Nebenbei in Lightroom, wenn du, wenn ich jetzt zuschneide, nach einem Praxistipp zuschneide, so, ich habe zugeschnitten, wenn ich das wieder rückgängig machen will, dann drücke ich Shift-Command-R. Shift-Command-R setzt das Zuschneiden, auch Drehen würde es also wieder zurücksetzen. Die dritte Regel kann man natürlich nicht nur bei Personen anwenden, sondern auch bei reinen Landschaftsfotos. Am Meer ist es immer so ein Thema oder wie dieses Bild, was ich hier zeige. Die Frage ist ja, wo packe ich den Horizont hin? Manchmal hat man so, dass man eins von beiden, also Himmel oder Vordergrund, dass es sehr viel interessanter ist. Das ist hier nicht zwingend so, weil beides schön ist. Und auch dann entscheide ich mich immer ganz grob für die Drittelregel. Also ein Drittel ist Vordergrund und zwei Drittel ist Himmel oder umgekehrt. Nicht den Horizont in die Mitte packen, das kann man machen. Das sieht aber häufig dann wieder eher ein bisschen langweilig aus. Und das wäre eine Variante und eine andere Variante ist sowas wie das hier. Bei diesem Bild ist genau das das Problem. Das Interessante ist der Steg, der Himmel ist nicht so interessant. Ohne Zuschnitt ist der Horizont ganz grob in der Bildmitte. Das ist aber jetzt ein typisches Bild, wo ich viel Platz lasse, weil ich vor Ort nicht gut entscheiden kann, wo genau, ich will das sehr symmetrisch haben, wo genau ist denn genau die Mitte von dem Steg. Da vertut man sich ganz schnell. Also lasse ich Luft, damit ich zuschneiden kann und im Nachhinein kann ich jetzt halt dran ziehen und dann kann ich mich bewusst entscheiden, dass ich ungefähr so auf ein Drittel gehe halt und dann das eben möglichst mittig platziere. Voila. Und schon habe ich das Ganze sehr symmetrisch und jetzt halt sehr dominant den Steg, der ist hier vorne sehr, sehr breit und der Himmel, weil der keine Struktur, gar nichts hat, den braucht es halt auch, aber der ist überhaupt nicht wichtig. Hier noch ein Bild aus der Lüneburger Heide und auch da, das Interessante ist ja so ein bisschen die Gesamtkomposition, die Tiefe, die entsteht. Ich habe hier vorne das Heidekraut, ich habe da hinten den Nebel in dem Waldstück und dann habe ich den Himmel. Und der Himmel hat auch Struktur, der ist ja nicht langweilig, aber der ist nicht das Wichtige. Also ist der auch nicht, nimmt der nicht zwei Drittel ein, auch nicht eine Hälfte des Bildes, sondern ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Daumenregel. Nur ungefähr ein Drittel pro Ebene. Führende Linien Führende Linien werden super viel verwendet in meinem Foto. Es ist fast immer eine engere Art von führende Linie, wenn das irgendwie geht. Danach schaue ich. Ich schaue wirklich nach führende Linien, ich positioniere mich auch immer auf führende Linien. Das kann eine Straße sein oder ein Weg, das kann ein Bach sein natürlich. Oder bei diesem Beispiel ist es halt eben die Kante hier mit dem Schnee drauf. Und in dem Fall ist das Foto von Thomas Jack und ich stehe da, also er fotografiert mich, das ist unser Zelt. Und wir sehen ja, diese Kante hier, die führt in einem Bogen zu mir hin. Und wieder, wenn ich R drücke, dann sehe ich, ich bin nicht ganz in der Drittelregel, auch nicht ganz im goldenen Schnitt, aber in der Nähe davon. Also auch der Thomas hat daran gedacht. Und natürlich kann ich das nachher zuschneiden. Ich mache es mal nochmal, goldener Schnitt. Wäre ungefähr so. Und wir sehen schon ein bisschen das Problem mit dem goldenen Schnitt. Es passt halt häufig nicht. Egal, wie ich es mache. Wenn ich mich da hin positioniere, dieser Vordere, und das ist ja das Interessante, und die will ich unbedingt haben und da oben kriege ich ihn auch nicht hin. Also egal, wie ich es drehe und wende, goldener Schnitt passt häufig nicht. Aber zumindest hat man es im Hinterkopf. Drittelregel hingegen, da sind wir relativ nah dran. Also nah genug, dass es für mich noch gilt und ich würde tatsächlich ein bisschen schneiden. So vielleicht, ein bisschen rüber machen. So. Und das wäre so ein bisschen mein Zuschnitt, den ich gewählt hätte. Dominante führende Linie, die zum Hauptmotiv hinführt. Das ist auch das Hellste. Das Hellste, der Blick geht immer dahin, wo es am Hellsten ist. Und alles andere ist so ein bisschen Atmosphäre. Das braucht es. Es braucht da hinten auch ein bisschen die Lichter, dass man sieht, es geht ins Unendliche. Oder da hinten das Licht, was da ist, ist wahrscheinlich eine Berghütte oder eine Bergbahn. Und dadurch habe ich diese Tiefe, 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 Tiefe. Aber die führende Linie ist das Entscheidende. Anderes Beispiel, führende Linie, wäre zum Beispiel, das hat man halt sehr, sehr häufig, dass man einen Weg hat, eine Straße hat oder sowas. In dem Fall langweilig, im Sinne von das Hauptmotiv ist in der Mitte, aber habe ich in dem Fall auch bewusst gemacht, weil es geht halt um dieses Schloss. Das Schloss. Und damit das nicht langweilig ist, im Sinne von irgendwie Park mit allem Möglichen, habe ich mich dahin gestellt. Da muss es aber auch symmetrisch sein. Da muss es möglichst in der Mitte sein, was dann häufig gar nicht so ganz einfach ist. Dass du keine Stürzelinie hast und dass du eben die Tür in dem Fall auch wirklich in der Mitte hast. Also so mittig, wie man das halt live sehen kann. Das ist ein negativer Raum, negative Space oder auch leerer Raum, freier Raum, sagt man da auch manchmal zu. Die Idee ist, dass ein großer Teil des Bildes einfach leer ist. Das kann ein Himmel sein, das kann aber auch Meer sein, ganz häufig, oder ein See oder Wüste bietet sich da an. Am Strand kann man das eventuell machen, mit so Dünen oder sowas. Das ist ein großer Teil leer. Das sind ja häufig Bilder, die sehr ruhig sind, meditativ sind. Das ist halt eine Person, die so aufs Meer rausschaut. Oder ich habe hier ein Beispiel, das ist im Harz aufgenommen. Einfach ein Stein, das ist ein Stausee und ich habe den Bildausschnitt bewusst mit einem Tele gemacht. Das ist die Nikon D850 bei 116 Millimeter in dem Fall, also reingezoomt, sodass ich nichts drumherum habe. So ein ganz ruhiges, meditatives Bild, dass man sich vielleicht in das Badezimmer hängen könnte oder sowas. Also ein bisschen guckt man hin und so einmal durchatmen. Negativer Raum. Das kann, wie gesagt, auch bei Personen sein, dass man so ins Nichts guckt. Mache ich da aber relativ selten, weil ich nicht oft am Meer bin. Aber wenn du häufig am Meer bist, dann wirst du das sicherlich sehr viel benutzen. Einrahmungen. Einrahmung, das kann ein, zwei, drei oder vier Seiten sein. Ein typisches Beispiel ist, du bist auf einer Berghütte oder bist im Hotel oder sowas und schaust durchs Fenster raus und nimmst das Fenster mit rein. Oder was ich halt natürlich gerne mache im Zelt. Ich sitze im Zelt, ich fotografiere aus dem Zelt raus. Das ist jetzt die Nikon D750, in dem Fall bei 24 Millimeter. Also häufig macht man das eher ein bisschen weit, finde ich in dem Fall, weil ich Landschaft zeigen will und ich will den Rahmen ja auch noch zeigen. Wenn ich das mit dem Tele machen würde, dann würde ich das Zelt ja nicht mehr drauf haben, weil es zu groß ist, ist es ja nicht. Also den Rahmen zeigen. Wie gesagt, das muss nicht an allen Seiten sein, aber in dem Fall wäre es halt an allen Seiten. Das kann auch in die andere Richtung gehen, so wie hier. Das ist die Nikon D750 wieder, in dem Fall mit dem Nikon 1424. Und da bildet ja im Grunde die Gletschergräutte auch einen Rahmen auf die Landschaft dahinter. Das ist nicht so der Klassiker, aber ich habe hier auf der rechten Seite habe ich eine Wand mit dem Schnee drinne und die gibt dem Ganzen schon mal Tiefe. Ich habe eigentlich mehrere Elemente. Ich stehe da direkt dran, die ist direkt an mir dran, Tiefe, 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 bis zu dieser Wand, die sind also ein Stück weg von mir. Dann habe ich die Einrahmung und dahinter dann halt eben die verschneite Winterlandschaft. Nicht so ganz klassisch, die Rahmenbildung, aber auf sowas achten, auf so mehrere Elemente, die dann eine Einrahmung bilden für das Hauptmotiv. Eine andere Variante ist das hier, dass man sich an den Felsen stellt und man rechts eine Wand hat. Das kann ein Felsen sein, kann ein Baum sein, habe ich häufiger mit Bäumen oder halt eben hier wie dieser Felsen und dahinter dann das Matterhorn. Achtung, ganz wichtig, Proportionen beachten. Ich bin hier mit Weitwirkungen unterwegs, 28 Millimeter und das heißt, dieser Felsen ist sehr, sehr groß. Das Matterhorn ist über 4000 Meter hoch. Das Matterhorn ist ein echter Berg und das Matterhorn sieht jetzt proportional fast ein bisschen klein aus. Das ist nicht zwingend schlimm oder sowas, aber dessen bin ich mir immer sehr bewusst. Wenn es hier eine Person stehen würde, zum Beispiel, wäre die Person halt proportional sehr viel größer als das Matterhorn, was dann eventuell eher eine Gaudi wäre, als tatsächlich das, was man haben möchte. Letztes Beispiel noch hier. Da habe ich zwei Bäume genommen. Wir gucken auf den Eibsee und die Bäume bilden eine Einrahmung zu dieser kleinen Insel da. Also das hat man sehr, gerade Bäume hat man sehr, sehr häufig Mauern hat man häufig in der Stadt oder so. Bewusst mit reinnehmen. Kurven. Reden wir mal über Kurven und zwar in der Landschaftsfotografie und nicht, wo du gleich wieder dran denkst. Ich habe dieses Beispiel mitgebracht, das ist das Kehlsteinhaus in Bayern. So, da habe ich jetzt eine führende Linie. Das ist das Erste. Wenn ich Landschaftsfotografie, da gucke ich immer, habe ich hier irgendwo eine führende Linie. Da sehe ich den Weg, ja, Weg führt zur Hütte, das ist gut, aber wo stelle ich mich denn hin? Für die Linie heißt ja erstmal nur, der führt da hin, das führt da, ja. Ich hätte hier auch viel weiter links stehen können. Ich hätte ja auf der Treppe stehen können oder sowas. Sondern was ich versuche ist, den Blick zu lenken, gerne mit Kurven, so ein bisschen S-Kurve idealerweise. Und das ist ja hier so. Der Weg geht nach rechts und dann geht er wieder nach links und dann habe ich da die Hütte. Also hin und her Kurven. Nicht eine gerade Linie kann auch funktionieren, aber Kurven sind häufig, gerade in Landschaftsfotografie sind Kurven häufig interessanter, weil in der Natur ja auch nichts wirklich gerade ist. Architektur schon, aber in der Natur habe ich in der Regel alles ein bisschen krumm und schief beziehungsweise halt viel Bach, Fluss, bildet ja immer so ein bisschen Kurven. Welche Flüsse sind deswegen sehr dankbar? Also hier versuche ich bewusst zu versuchen, den Weg, den Anfang von dem Weg so ein bisschen an den linken Rand zu packen oder rechten Rand, je nachdem, damit der so ein bisschen quer durchs Bild läuft und dann wieder zurück. Das Gleiche hatten wir eben schon mal bei dem Schneebild. Da war das ja auch so, dass der eine Kurve bildet, der Grad, eine Kurve und nicht eine gerade Linie. Bewusst so hingestellt, dass ich diese Kurve drin habe. Und dann habe ich noch dieses Foto aus Franken. Da habe ich auch bewusst geguckt, fühlende Linie und finde ich irgendwo eine S-Kurve, aber in dem Fall klappt das nicht so richtig gut, weil die Burg ist ja oberhalb vom Bach und die führende Linie oder die S-Kurve führt ja nicht zum Schloss hin. Trotzdem geht der Blick dadurch ins Bild rein, muss dann aber erst noch den Wald überwinden, um bis zum Schloss zu kommen. Also da passt es nicht richtig und das hat man sehr häufig. Aber zumindest da stehen und gucken, führende Linie, sehr gut. Kurven, da habe ich irgendwo eine S-Kurve. Um zu wissen, wo genau soll ich mich hin platzieren, versuche ich auch hier, man sieht das ja hier, der Bach ist nicht in der Mitte vom Bild oder sowas, sondern der fängt rechts an, rechts oder links, anfangen lassen, Wege und Bäche, dass noch ein bisschen, dass am Anfang zumindest so eine Kurve drin ist, die dann halt nicht zum Schloss richtig hinführt, aber zumindest versucht, soweit es halt irgendwie geht in dieser Position. Also das immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, wo platziere ich den Weg oder den Bach oder was auch immer ich da habe, so dass es eine schöne Kurve gibt. Macht es immer interessanter, abwechslungsreicher. Gilt in der Menschenfotografie ja auch. Kurven, Mensch, immer in Kurven hinstellen. Farben und Muster. Interessanterweise ist es etwas, das ich sehr, sehr wenig nutze. Ich bin irgendwie nie so in den Gegenden unterwegs und es ist auch eher was Abstraktes, wo ich persönlich auch nicht so drauf stehe. Aber nichtsdestotrotz habe ich das in meinem Hinterkopf und ich halte immer Ausschau danach, habe da nur irgendwie nicht so den Blick für. Das Einzige, was ich gefunden habe, sind Beispiele tatsächlich mit der Drohne. Und zwar habe ich hier zum Beispiel einen Weinberg. Da waren wir für das Handwerkerbuch, habe ich einen Winster fotografiert. Wir waren in seinen Weinbergen unterwegs und dann habe ich halt eben mit der Drohne geflogen. Und im Herbst ist es so, dass es Wein, Laub, Pflanzen, die verfärben sich ja auch und zwar in bunten Farben. Und weil häufig reihenweise dieselbe Weinsorte angebaut ist, haben die dann auch eine ganze Reihe mit derselben Farbe. Man sieht das auf dem Bild ja sehr schön, dass sie dann so Muster ergeben. Das kann schachbrettartig sein, das kann aber auch so Linien, Streifen geben. Also Weinberge sind da sehr, sehr dankbar. Und natürlich hat man auch in Architektur häufig irgendwelche Muster, die man da halt eben wiederverwenden kann. Auch da das Bewusstsein und hin und wieder mal durchs Tele schauen oder in dem Fall mit der Drohne schauen, ungewöhnliche Bildperspektive und dann tatsächlich nicht nur Weitwinkel, Landschaft und ja, Weinberge. Das Foto habe ich natürlich auch gemacht, aber halt eben auch von oben runter, wirklich genau von oben runter, damit dieses abstrakte Muster entsteht. Das waren sieben Regeln für die Bildkomposition in der Landschaftsfotografie. Ich habe es gesagt, natürlich muss man sich da nicht dran halten und vieles macht man aus dem Unterbewusstsein sowieso, weil es einfach auch gut aussieht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einen Kommentar da lässt im Sinne von, wonach schaust du denn immer? Wenn du in der Landschaftsfotografie irgendwo stehst, was ist denn so die Muster, die du versuchst zu finden? Welche Bildkommensitzungsregeln versuchst du einzubehalten? Lass es uns gerne wissen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen in diese Richtung da, ein Abo da und die Glocke anmachen, damit du nichts verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!